Die Geometrie von GeoGebra kann ich benutzen, für Flächeninhalte zu berechnen. Ich muss für dich das Koordinatengitter aufweisen. Anzeichnen du regelmässig viele Eck ein Quadrat an. Ein Quadrat für die Seitenlänge 2 hat und 4 Punkte. Du hast mehr Quadrat. Jetzt will ich wissen, wie viele kleine Einheitsquadrate besteht. Das ist ein Blutquadrat. Das ist einfach 1, 2, 3, 4, 2 mal 2 Quadrat. Ich kontrolliere das gerne. Ich beginne bei Messen, Fläche. Ich wähle eine Vieleck aus oder Grieß oder so eine Figur. Das ist die Vieleck und ich sehe die Fläche des Vieleck als Feuer. Da kann ich mich froh und was geschieht, wenn ich die Seitenlänge von diesem Quadrat verdübeln. Also Platz 2 für die Einheitsquadrate hole. Ich klicke da für den Punkt B und rieche es an und zeine auf Feuer. Die anderen Punkte passen sich automatisch an, weil die Figur regelmässig viele Eck definiert. Und dann kann ich auch, dass sich die Berechnung der Fläche ändert. Die besteht aus 16 Quadratoren. Auf die selbeste Manage kann ich auch eine Fläche zeichnen und man den Flächeninhalt berechnen lassen. Die Flächeninhalt von diesem Rechteck wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 3. Kontrollieren wir. 6 mal 3 geht aussehen. Oder einfach auszeichnen. Und riechmäßig Figuren. Zum Beispiel Heifig, was ist der Flächeninhalt von dieser Figur? Du hast bestimmt schon herausgefunden. Zur Kontroll. Klick das hier hin. Angesehen, der Flächeninhalt von dieser Figur ist 15 Einheitsquadrate. Klick das hier hin. Stämpel. reshold. Wir sind ein Abonniert von dieser Figur. Ist das so ein Abonniert. Nicht, Wann. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Vielen Dank.